So, jetzt haben wir hier gerade unser Zimmer bezogen in München und ja, das ist ja mal richtig urig. Ach du heiliger Alarm. Boah, das ist ja mal richtig rostig, das ist ja mal richtig urig bayerisch. Das ist richtig geil. Das ist mal richtig cool. Mit Aussicht auf dem Bahnhof. Traumaussicht und ja, schauen wir mal, was wir heute so machen. Geplant war eigentlich, dass wir jetzt zur Allianz Arena gehen. Schauen wir mal. So, wie ich euch schon gesagt habe, sind wir hier jetzt an der Allianz Arena angekommen. Da wollen wir nämlich jetzt mal in die Bayern München Erlebniswelt und dann wollen wir nochmal in den Fanshop gucken und ein bisschen Goal ausgeben und mal sehen, was wir da für schöne Sachen finden. Also, auf geht's. So, jetzt haben wir zum Erlebniswelt hier geschafft. Ganze verschiedene Exponate, die ganzen Pokale und die Geschichte vom FC Bayern München. Und klar, einfach bis hier hier und ja, schauen wir mal, was da so Neues drin hat. Hier haben sie jetzt auch die bekannte Tonne vom Jürgen Klinsmann nach seinem Ausraster, nach seiner Auswechslung, wo er in die Sonne getreten hat. Und hier nochmal ein Liga-Pokal, den gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Na ja, na ja, doch schon, aber nur anders ausgespielt jetzt. Die Trikots, aber schon ganz viel, dass es verändert hat. Hier haben sie jetzt nochmal die ganzen Zahlen, die sie in der ganzen Karriere, also, ja Karriere vom FC Bayern München gewonnen haben. Mit dem hier, ich möchte nicht wissen, wie schwer der ist und viele Eilterer, die sie in den Jahren gesammelt haben. Ja, hier haben wir jetzt das Triple-Meisterschaft, Champions League-Pokal und DFB-Pokal. Hier haben sie noch den Supercup und den FIFA-Club Weltmeisterschaft von 2012, 2013. Hier haben sie noch mal das Trikot von Neuer mit Champions League-Ball und ein Stück vom Netz. Hier pränkt es sein Anzug. Und das ist natürlich richtig geil. Da haben sie noch die Fan-Kluft der Fans. Und das ist ja auch mit ein sehr herrlichen Stöcker, die Bayern-Fans. Dann haben wir hier noch was Kleines, bleiben wir nicht in einem Megastore noch gekauft. Jetzt bringen wir das erstmal zurück und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Hier sind wir jetzt am Isartor ausgestiegen und wir wollen jetzt Richtung Deutsches Museum. Da war ich bisher einmal drinnen und mal schauen, was sie so in den Jahren noch dazugekriegt haben. Bin ich mal gespannt. Tja, und wie ich gesehen habe, sind auch einige Schulklassen mit kleinen Kindern, also Grundschulklassen da. Ach, ich sehe schon kommen, mir werden die Ohren wieder wehtun. Die schreien jetzt schon darum, wie die bekloppten. Naja, das werden wir auch überleben. Jetzt sind wir hier im Deutschen Museum drinnen. Wir fangen erstmal oben an, weil unten die ganzen Schulklassen rumrennen. Und hier oben ist erstmal ein bisschen leerer. Und irgendwie nicht aus der Bruste. So, jetzt haben sie hier diese Textilien herstellen. Teppiche zum Beispiel oder andere Klamotten. Feldmaschinen, Webstühle und alles. Hier haben sie auch so einen alten Platten-Spieler. Das sollen ja die besten gewesen sein. Die Platten. Die Vinyls werden ja jetzt auch wieder moderner. Und hier haben sie noch mehr alte Kameras ausgestellt. Bewegungs-Videos so abläuft. Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Jetzt kommen wir hier zur Raumfahrt. Die Astronauten trainiert werden. Wie Raumschiffe aufgebaut sind. Und wie alles so ab, wie es da in den Raumschiffen aussieht. Das stimmt interessant hier halt. Der Raumanzüge von Russen. Oder Deutsch. Nachdem wir jetzt in, ähm, Deutsch-Museum waren, wo es eigentlich, es war eigentlich interessant, aber dadurch, dass die ganzen Schulklassen da waren, wo die nervigen Kids da waren, die sich benommen haben wie die Axt im Walde, sind wir jetzt im Olympiapark. Und da wollen wir ja jetzt mal zum Eishockey-Stadion und am Eishockey-Zentrum, weil es da einen Fanshop vom EHC Red Bull München gibt. und ich mir ein Trikot kaufen wollte vom EHC. Na, schauen wir mal, ob wir was finden. Jetzt wollen wir erst mal Richtung Eishport-Zentrum und da gucken, ob sie da was mit dem EHC haben. Und dann gucken wir nochmal hinten, hatten beide Eishockey- und Basketball-Arena, hatten sie noch, ob sie da was haben. Hier sehen wir erst mal die live mit einer Riesen-Kabel-Aumen drauf. Gut, dass die nicht echt eher. Wenn das nämlich wäre, würde ich die Beine in die Hand nehmen, dass ich wegkomme. Dann machen wir eine kleine Planänderung jetzt. Dadurch, dass der Shop vom EHC erst um 16 Uhr aufmacht, gehen wir jetzt in Richtung Stadt wieder. Und, ja, gucken wir mal, was wir jetzt schon machen. Gehen wir später nochmal hierher. Und, ja. Tja, nachdem wir jetzt im Olympiapark waren, sind wir jetzt auf dem Sexualienmarkt und wollen ein bisschen drüber gehen. Da war ich ja jetzt schon, wo ich beim München spiele, habt ihr ja schon gesehen. Und da wollen wir trotzdem nochmal drüber machen. Was sein muss, wenn man in München ist. So, nachdem wir jetzt auf dem Viktualienmarkt waren, gehen wir jetzt mal Richtung Hofbräuhaus. Und dann kommen wir gleich hier an einem Haxenbräu, wo die Händel da in der Vitrine stehen, vorbei. Und da läuft euch das Wasser im Mund zusammen. Das sah ich euch. Und nachdem wir jetzt wieder im Eissportzentrum waren und ich in einem Fanshop in Anführungszeichen mal geguckt habe, aber der war ja so klein und da hatten sie es leider nicht. Ja, die hatten generell wenig, die hatten nur Kappen, ein paar Schals und, ja, muss ich mir halt online bestellen. Jetzt wollen wir hier noch ein bisschen Olympiaparken latschen und dann mal schauen, was wir noch machen. Jetzt kommen wir zur alten Heimat des FC Bayern München und zwar dem Olympiastadion. Ich war da bisher, bisher sag ich schon, ich war da noch nie drin, auch zum Spiel nie. Ich glaube, bisher immer nur in der Lanz Arena. Und, ja, einmal war ich, das habe ich von innen gesehen, wo sie Führungen mitgemacht haben, und das ist ja natürlich kein Vergleich zu dem heutigen Allianz Arena dazu. Ja, ihr gehört, ich bin eigentlich nicht aus der Puste und zwar, wir sind von da unten jetzt bis hier hoch, also ganz oben als Stadion gelaufen. Boah, es ist fast so schlimm wie in der Allianz Arena, aber es ist schon, von da fand ich jetzt, von da hinten fand ich jetzt, dass man keine augen Sicht hat, aber von hier hat man eigentlich eine relativ gute Sicht gehabt. Aber das ist echt kein Vergleich zur Allianz Arena. Das ist schon, es ist schon ein Riesenunterschied, aber das ist natürlich auch schon geil hier. Da muss ich ja jetzt noch da rippe asten, ne? Ich will nämlich euch nur mal schnell zeigen, was ich hier mal so einen Feierabendverkehr nenne. Und da drinnen möchte ich nicht stehen, da hätte ich keine Lust drauf. Alter Schwede! Wie ihr eben gesehen habt, waren wir beim Franziskaner, zum Franziskaner-Essen. Das liegt hier bei Louis Vitoru, hinten bei in der Maximilianstraße. Und ich sag euch, sowas Geiles habt ihr noch nie gegessen. Ich empfehle es auf jeden Fall. So richtig saftiges Fleisch, schön knackig, die Kruste, einfach zum Hinschmelzen. Oh, geil! Ich bin so richtig voll gegessen und das war es jetzt auch für den Abend. Bis morgen! Moin! Der letzte Tag ist jetzt angebrochen, wie ihr eben gesehen habt. Und wie ihr noch seht, sind wir jetzt noch am Stachos. Wollen mal Richtung Maximilian. Berlinstraße, wo es die teuren Geschäfte alles so gibt. Und wollen mal da vorbeischauen und schauen, was der Tag noch so bringt. Vorher hätten wir jetzt mal einen Stopp bei Daimler Prodomo machen und da drinnen gucken. Weil das ist das natürlich auch. Nur muss man, wenn man in München ist. Wie ich euch jetzt da angedroht hab, sind wir jetzt auf der Maximilianstraße, so langsam. Da hatten wir ja gestern gegessen, die ich mal in Kalb hatte. Und da ist die Maximilianstraße, wo die teuren Geschäfte wie Louis Vuitton oder die ganzen anderen Geschäfte sind. Das hier ist definitiv nicht für mich dieses schickimickige Döns. Und dann sind die Uhr 34.200 Euro. Alter Schwede. Hier haben sie auch ein Handy, was 10.800 Euro kostet. Naja. Ist mein Urteil. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir im Hofbräuhaus einen Platz kriegen zum Mittagessen. Wir kommen jetzt erst mal wieder zum Schubik, zu einem Reich, zu einer kompletten Ecke. Ich habe es euch letztes Mal auch gezeigt. Und schauen wir jetzt mal, ob wir mal Platz kriegen da drin im Hofbräuhaus. Schauen wir einfach mal. Wie ihr hier schon an der Karte seht, haben wir Platz im Hofbräuhaus gefunden. Und wie ihr es auch hört. Und ja, haben wir das Essen bestellt schon. Nana und ich ganz. Das Trinken haben wir schon bestellt. Und schauen wir mal. Ja, vom Trinken seht ihr ja, was ich mir bestellt habe. Schöne Maß. Ja, es tut gut. Schmeckt auch sehr gut. Ja, der letzte Abend ist jetzt hier angebrochen. Wir sind nochmal am Vitualimarkt, wie ihr hier seht. Wollen da mal uns umschauen. Und ja, werden wir wahrscheinlich den Abend ausklinken lassen. Und ja, das war es eigentlich. Also nochmal. Tja, das war jetzt auch der letzte Abend hier in München. Wir haben jetzt noch ein paar Bierchen gesoffen. Und jetzt lassen wir, gehen wir hin schlafen. und morgen geht es wieder nach Hause. Und ja, es war ein schönes Tag. Wir waren im Hofbräuhaus essen. Wir waren im Deutschen Museum. Wir waren in der Allianz Arena, haben ein paar bisschen Fanartikel gekauft. Und haben viel gesehen, Marienplatz und alles. Und dann sage ich Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Dominik. ich freue mich NOR Nein, glaube ich. Also,